Wer sind deine Freunde, Tee? Ich hoffe, ich kann nicht einfach den Transporter rein und mit dem da rüberfahren. Ich glaube auch machen. So, aua, hallo, da kommst du da an der Deckung. Von allen Seiten kommen sie. Na toll, hinter der Fahrerführer. Oh nein, mit dem wollte ich doch irgendwie hier wegfahren. Und halt bis zu meinem Auto mal. Na super, war ja ein toller Plan. Alter, wie viel kommen da? Ja genau, ich brauche, hallo, ich bin noch nicht der Typ, wo ich suche die Idioten. Hallo, jetzt hier eine Versammlung an der Treppe. So, jetzt kommt einer rechts lang. So, und was hat der? Ist irgendwie hingefrogen. Jetzt habe ich ihn. Warte, wie viele da kommen. So, zack, zack, zack. Oh, das war ein Headshot hier. Hier steht auf beim Headshot. Hier steht auf beim Headshot. Oder? Ne, doch nicht. Hat noch gestorben. Schon gedacht. Hey, können wir das machen, wenn das Wetter besser ist? Ja, da drüben ist doch noch irgendwo einer, eigentlich. Guck mal. Obwohl, ne, es ist ja. Da drüben, wo es noch einer sein wird. Noch ein roter Punkt. Oh, liegt ja am Boden. Ne, hinterm Auto. Nein, 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 nein. Falsche Deckung. Achso. Oh. Wir sind gerade hinterm Zug. So, schnell in das Auto rein, bevor der Zug aufhört. Schau dich, du verletzten Scheiße! Trevor. F***! Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Du musst nicht weg, Freund. Alles klar, alles klar. Geh raus! F***ing Auto! So, okay. Und was passiert jetzt mit dem Mikey? Ich meine, die suchen ja eigentlich einen Trevor. Ich muss jetzt zurück nach Sandy Shaws. Oh, wir ruft da an. Trevor Phillips Industries! Mr. Phillips! This is Wei Chang! You know my eldest and Tao? Yeah! The Ex-Nut! Backed out of a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes. Thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Was that your people? Oh, come on. Of course. Sorry I had to cut out. Your operation causes problem for me. I want to expand into Blaine County. But your business and your temperament prevent me from making inroads. Huh, well, too bad. I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover. Whoa, 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 whoa. My lover? Michael DeSanta. Yeah. You lived in your trailer together with the maid. And then you were alone in that big house. Well, you're clearly very close. You know, how much will you give up for his safety? My lover! Yeah, right. It's a tough break. I never want to double-cross a brand and put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die. Tell him, I love him dearly. I want to take a car for the drinks. Okay, why is there a lot more? So, and here we can definitely land, right? So, here is the point. Deshalb fliegen wir mal kurz in die Schleife. So, damit wir hier schön landen können. So, schauen wir mal hier in die coole Kameraperspektive. So, ich wollte sagen, jetzt kommen wir langsam hier zum Landen hier mal ein bisschen hier anvisieren. So, gehen wir mal auf die linke. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, ein bisschen, ah, ein bisschen hart, aber es geht. Ja, hallo. Nicht sauber. So, noch ein bisschen Gas geben. So ein bisschen nach hinten kommen. So. So. So, boah, 20 Kopfschüsse. Ich habe nur 12 gehabt. Waren eigentlich auch richtig viele, aber... So, wer läuft da rum? Was steht da für ein Auto rum? So, yo. Ja, was heißt Flugzeuge, die ich gekauft habe? Keine Ahnung, woher ich das habe. So, das ist schon Mikey seine Karre. Was machen die hier? So. Auch ein bisschen komisch. Aber egal. Nehmen wir sie mal mit. Total dreckig, hey. Alter, die sieht aus. So. Alter, wie viel Absprungzonen hier sind. Vier Stück. Ich hatte doch hier ist irgendwo ein D. Alter, das ist da drüben. Ja, dann fliege ich auch mit dem Flieger rüber, oder? Was haben die Karre hier stehen, weiß ich nicht. Vielleicht verliere ich sie oder auch nicht. So, einen Fallschirm habe ich. Für den Notfall. Dann fliegen wir mal. Wo fliegen wir hin? Entweder ich... Was ist denn das hier? Promi... Ach so, der Müll... ...Schrott da. Entweder da hin, oder hier hin. Zum Devon. Zum Devon. Okay. So, dann haben wir hier rückwärts schön raus. Dann hätte ich doch fast gar nicht landen müssen. Da hätte ich fast ja durchfliegen können, aber egal. So, und wieder zurück in der Luft. So, auf dem Weg können wir noch ein bisschen nach Brücken schauen. Aber ich glaube bis jetzt gibt es hier nicht so viele. So, wo ist vielleicht da links gibt es welche? Wollen wir mal schauen, weil da gibt es so ein Tal. Ja, Patricia. Patricia! Mrs. Madrazo! Trevor! Oh, ich vermisse dich. All diese Jungs! Ich vermisse dich auch. Ich kann nicht für die anderen Jungs. Sie sind so gute Freunde. Äh... Es ist ein bisschen mehr kompliziert als das. Eigentlich, Michael und ich... ...äh... ...sie sprechen nicht. Alle Freundschaften können nicht verwendet werden. Hey, wie geht's dir? Martin schaut nach dir? Er ist hier. Ich muss gehen. Guck mal, die zählt nicht mal! Wow! Lampe! Alter, warum zählen die nicht? So, es könnte sein, dass vielleicht irgendwann bald hier der Motor verreckt. Ich weiß nicht. Obwohl das raucht ist nicht mehr. Nur ganz kurz geraucht. Ich glaube, die wird doch wohl zählen, oder? Wow! Ähm... No, 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 no! Warte, ich land mal kurz! Alter, warum explodiert das? Ey! Ich wollte doch nur aussteigen. Aber warum zählen die Brücken nicht? Alter, welche 50 Brücken zählen da dann? Vielen Dank.